Was wächst denn dringend? Was flüssiges. Eine Schapfelorle. Du? Du auch? Kein Bier? Kein Bierchen heute? Was weniger zugig aussieht. Warum habe ich das Gefühl, dass du dich nur wieder an die Hähnchen setzt? Der teuscht. Der teuscht. Der teuscht. Der ist jetzt mal aufgeschrieben. Ja, bitte. Du denn? Woher hältst du denn? Du nimmst doch heute mit. Ja, sicher. Christian. Christian. Soll ich schon mal auf 1 eine Nummer machen? Tschüss. Was ist das?